Wir sind viel gelaufen, war ein sehr, sehr guter Test gegen eine wirklich gute Mannschaft, guter Platz, großes Lob an unsere Mannschaft. Wir haben wirklich sehr, sehr gut dagegen gehalten, wissend auch, dass die Niederländer einen Tick weiter sind in der Vorbereitung. Gelungener Test heute. Wir haben heute gegen einen sehr starken niederländischen Erstligisten gespielt, der immer wieder von hinten rausgespielt hat. Ich finde, wir haben es sehr gut gemacht. Hätten auch durchaus das Spiel gewinnen können, aber am Anfang haben wir ein bisschen gebraucht. Ich selber habe auch die ersten zwei Ballaktionen nicht so gut lösen können, aber danach war ich im Spiel. Und das gesamte Team hat es dann gut gemacht. Ich ärgere mich jetzt weniger über die Standard gegen Tore. Das werden wir abstellen, da bin ich ganz sicher. Vielmehr freut mich, dass wir aus dem Spiel daraus wenig zugelassen haben. Ich denke, das war heute deutlich wichtiger und dass wir auch mit Ball gegen eine Mannschaft, die uns ständig gepresst hat, immer unter Druck gesetzt hat. Einen guten Fußball gespielt haben. Bis zum Schluss alles reingeworfen, gerade auch die jungen Spieler. Wir sind ja schon leicht dezimiert angereist. Ein paar verletzte Jungs oder Angeschlagenen. Von daher ein riesen Kompliment, auch gerade an die jungen Spieler, die heute wirklich einen guten Job gemacht haben. Ja, also ich bin grundsätzlich nie mit mir zufrieden, aber ich nehme das natürlich wahr, was der Trainer mir sagt. Und ja, ich versuche in jedem Training, in jeder Einheit mein Best zu geben. Und ja, das in die Spiele zu übertragen.